Guten Abend, jetzt erscheint ein Barcafé. Musik Okay, wir müssen einschalten. Achso, der, ey. Was gibt es heute zuerst? Es gibt heute ein Risotto mit Sparte. Und es gibt Angasius Filet mit Kaper, Tomatenbutter und Salzkartoffeln und Bohnen. Und ein Speisequark mit Ananas und karamellisierten Mandeln als Dessert. Okay, lass uns mal eine Probe machen. Lass uns mal eine Probe machen. In diese falsche Richtung, das wäre gut. Okay, here we go. Und... Und... Action! Das ist auch nix hier, ne? Ja. Nicht schön, ne? Ja. War das denn der Akkuwechsel? Wir gehen da. Da gibt es eigentlich noch ein bisschen. Wir sind die Böse. Die Böse und die Alte. Aber das ist die Böse. Und das ist die Böse. Und das ist die Böse. Ohne die Böse. Und das ist die Böse. Hey! Ganz langweiliger... Wieso? Was machst du denn hier überhaupt? Spielst du was? Urlaub, ne? Wohnzimmer. Das ist langweilig für den Schirm. Okay. Ohlala! Ja? So! So, wenn ich mich... Das ist so schön. Das ist so gut, ja. Das ist so gut, ja. Ein Zächt. Ach, Jule schießen einfach in die Wüste. Also, ja. Was soll ich jetzt machen? Oh, was? Ich weiß nicht. Was bin ich hier? Das ist seltsam. Ey, für den ist Fantasie voll und sehr witzig. Ja. Das siehst du ja gerade, wie ich liegen. Da leben mehrere Seiten, ja. Das hat ja wohl jeder. Nein, das ist... Nein, nein, schön. Du bist... Ja, das war so geil. Da ist das ein. Aber es ist doch... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein Film oder was?